so leute jetzt gibt es etwas zu essen richtig gechillt hier an dem kleinen tischchen er hat alles schön zubereitet der sushi hier mal eine suppe dann der reis salat und hier haben wir ein chicken gekauft kleines dessert noch natürlich immer mit den städten chopsticks am start jetzt wird gefeastet so 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 jetzt sind wir hier in agrihabra oder wie das heißt sie weiss es besser unterwegs mit ihr gehen wir noch ein bisschen durch die strassen schauen uns alles an das ist hier so eine gamerstadt ja ihr werdet sehen alles voller automaten sorry in diesem stadtviertel könnt ihr alles sehen für jeden gamer das paradies gerade ja 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 Musik 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 Oh shit Überall sind sie am Gamen Musik Wie kann man nur, wie kann man nur den ganzen Tag sitzen sie hier in diesem Gebäude und Gamen Sieben Stöcke hat es, von dem untersten bis zum obersten Das ist Riho Das ist Riho, ich habe sie kennengelernt auch in Australien Ich war in der selben Klasse mit ihr Hello, say hello to the camera Hello Yes Leute Ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt Unten könnt ihr abonnieren Könnt ihr den Abo Knopf drücken Und ich würde mich freuen natürlich Und wir sehen uns Würde ich sagen im nächsten Video Bye 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 Bis zum nächsten Mal.